Ich mag die Musik, die ist noch nicht so stressig, ich hab stressigst überhaupt erwartet. Also, im Spiel ist die sehr stressig. Im Film wird's auch sehr stressig, ja. Es wird auch stressig, ja. Aber ist es Super Mario Kart stressig oder ist es so Minecraft stressig? Es ist stressig-stressig. Ja, es ist so viel und schnell und als würdest du irgendwie TikTok in zehnfacher Geschwindigkeit sehen, glaube ich. Auch herrlich. Holst du dir so ein Alpaka auf der Gems-Rum? Einen Alpaka? Einen Alpaka, richtig? Was muss ich machen? Das Spiel startet in acht Sekunden. Das muss ich machen. Ich weiß nicht, wer wer ist. Jetzt kann ich durch das Spiel schubsen. Geil. Das ist richtig schütteln. Schütteln, nicht schütteln. Schütteln. Ey, nicht schütteln. Ach so, man hätte... Oh, verdammt. Oh, Entschuldigung. Du hast ja eine Maske. Ich hab ja eine Krabbe. Okay, ich hab eine Krabbe. Ich hab eine Krabbe. Oh Gott, ich hab eine Krabbe. Okay, okay. Das ist Simon Says, oder wie? In der Gleise. Triff die Stichurme dreimal. Wo ist die Stichurme? Ich hab die öfter als dreimal getroffen. Ich triff die auch öfter. Genau dreimal. Genau dreimal, hätte man. Ich kann nicht lesen. Was muss ich denn lesen? Schnapp dir eine Krabbe. Nee, Simon das heißt nicht. Ihr dürft euch keine Krabbe schnappen. Steht ihr mal oben, schnapp dir eine Krabbe. Verdammt. Nicht an Lögen. Direkt so fangen wir an. Ich verstehe schon. Steh auf einer Kachel, die gerade noch rot war. Ja, oder was? Ich wüsste, was gerade rot war. Oh, cool. Ich stell doch auf. Tempo auf, Tempo auf, Tempo auf. Nein, lang. Jetzt noch schneller reagieren, noch schneller lesen. Schnell, schnell, schnell. Hör nicht auf zu sprinten. Wenn Simon nichts hat, du das Gegenteil. Ja, ja, genau. Simon sagt nicht, dann, ja. Okay. Eine Runde. Das verstehe ich nicht. Können wir 20 Runden werden? Warte mal. Simon sagt, dann muss ich es machen. Wenn er es nicht sagt, dann mach ich es. Ich muss das Gegenteil machen. Ich sage nicht. Wenn Blass scheitert, gibt es Monospunkte. Haha, ich scheitere nie. Ich bin geduckt. Ich war geduckt. Ich war geduckt. Gib Jan und ein. Oh Gott, das will doch einmal Mathe hier. 77 Raute eingegeben. Scheitert. Hä, war ich falsch? Da, die Kiste, schnell. Simon sagt nicht, schnell. Oh, er hat gut gesagt, der hat die gewisse auch. Das ist nicht geil. Ich sehe das immer nicht. Das ist so gut. Das ist auch echt fies, ey. Mein Bildschirm ist so gut. Was ist die Legs ab? Oh mein Gott. Ich werde solche da auch aufpassen, der war in mir. Ja, same. Hücke, alle Schaltflächen. Was? Rücke mit Schaltflächen. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten, ja. Ach so, scheitert. Oh, ich habe mich einfach auf eine draufgestellten und stehen geblieben. Ich glaube, eine muss das machen. Pass auf, hey, wir müssen. Warum auf einmal zusammenarbeiten? Rauf da mal rein. Oh mein Gott. Ich habe 65 angegeben, ich kriege Krise. Ich habe zu dicke Finger. Man muss auch bestätigen. Freirunde. Oh. Manche aufhören, wenn die Rauf mal mittendrin ist. Mathematik. Noch schneller, schneller, schneller. Oh Gott. Geisterzüge, Geisterzüge, Geisterzüge. Hey, da kommt ja noch einer. Okay. Das Spiel ist sehr entspannend, wenn du gerade beim Abendessen sitzt. Ja. Ja. Hey, ich bin doch gesprungen. Ich bin tot. Oh, wie hast du das? Ich habe den Schüttel. Wie? Okay. Seid ihr entspannt? Ich bin mega entspannt. Schnell in die Kiste, schnell in die Kiste, schnell in die Kiste. Geht in die Kiste, geht in die Kiste. Schöööö. Geisterzüge, nicht. Angelungen. Bleib in Bewegung. Lüger. Ach man. Ich will für ihn, wohl lieben. Tempo rauf, Tempo rauf. Oh mein Gott. Alter, bist du zu deppet. Was ist das? Erreiche das Elkoma. Ich bin tot. Ich auch. Oh nein, ich war zu langsam. Putsi. Ich war auch zu langsam. Bless, ich glaube, gut gemacht mit beiden. Bless, 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 bless. Bless, 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 bless. Bless, 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 bless. Where's Timi? Sammelt euch einen Zombi. Ja, ich bin zu dir gegangen. Du bist Medora's Mask. Also, stell dich auf einen zerkratzten Deckel. Langs... Oh. Ich weiß nicht, ob der zerkratzt war, aber gut. War das nicht eine leuchtende Kachel? Stell dich auf die blaue Plattform. Auf die blaue Plattform. Nein, nein, nein. Oh, shit. Ich hab's zu spät gelesen. Ich hab's zu spät gelesen. Ich hab's da. Kann nicht lesen. Einzipan, oben steht was. Und das müssen wir machen oder nicht? Das ist irgendwie gelb. Okay. Bosskarten. Ein Boss im Arsch. Ein Boss im Arsch. Welcher Boss? Okay. Ja, finale Runde. Also, ich... Also, einige Leute sehen nicht durch. Oben steht was. Und das musst du machen. Aber wenn Shit Simon sagt nicht, dann machst du es nicht. Genau. So, jetzt haben wir einfach einen Hindernislauf. Wenn du da runterflickst... Aua. Hä? Okay, wenn man runterhält, darf man nochmal anfangen. Ja. Und man darf nochmal anfangen. Ach so, ist ja easy dann. Wie fliegt man denn? Wie benutzt man denn das Jet? Doppelsprung! So. Das ist ja als Krise. Ach. Aua. Also, es gibt kein Chats. Ah, Mann. Doch, doch. Ah. Wie? Äh, diese Flanken da. Aber wenn du so ein Tor durchpassierst. Aua. Ah ja. Oh, ich bin zu fett. Ist ja ultraschwer. Ich bin zu fett. Warum seid ihr so schnell? Okay, nicht so schnell. Oh, ich glaube, ich bin ganz tot. Oh, man hat drei Leben. Oh, ich bin auch ganz tot. Oh, was probierend. Oh. Ich bin terrible. Ich habe es nicht mal durch die Tür geschafft. Muss ich hier rein? Muss ich hinter? Machen wir einfach weiter, ne? Ich dachte, das ist die Säge. Einfach immer weiter. Mein Gott. Was? Achso. Passen die Lautstärken so? Boss vorbei? Das war alles vorbei. Ich habe ihn aber nicht mehr. Ich habe ihn gebraucht. Oder mau. Ich glaube, weil die Zeit vorbei war. Oh, das kann sein. Ich dachte, er wird einfach bloß nicht zusammen explodiert. Ich hätte ihn sehr gerne gesehen. Achso, das war der Boss. Das Level ist quasi der Boss. Zombie hat gewonnen. Zombie gewinnt. Mein Lieblingsspiel. Ich habe mich für zweite Platz. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das ist gut. Das ist ja auch ganz gut. Aber der Zombie tryhardet immer. Das ist dann doof. Da ist man jetzt zu verblendet. Ja. 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 Okay, nächste Runde. Also es geht direkt wieder weiter. Wenn ihr möchtet. Guter Tag. Wenn man es rechtzeitig an den Autos vorbeischaut. Vielleicht noch ein paar Punkte. Ja. Einmal gewonnen. Das reicht. Ja. Oh shit. Ja gut. Ja. Ja. Na ja, aber du hast angefangen. Ja, weil ich alleine sein musste. Das war ja super. Das war ja super. Das war ja super. Schieß die wie tot. Mann, ich habe nach draußen. Du alter Nerd. Mich kenn ich wieder first person. Ich habe jetzt so. Third person. Mach ich das so. Third person. Scheiß Simon. Ich hasse Simon. Ich habe irgendwas gemacht, aber ich habe third person. Ich habe keine Ahnung. Ja, Maus gerade einfach. Ah. Hä? Oh. Was? Oh mein Gott das ist weg. Ah Junge, ich bin ja mein Hirn halt einfach versagt gerade. Oh Maus. Das ist ja so schlecht. Hä? Stell! Schnell auf eine Plattform. Das ist ja gemein. Dann schreibts halt gerade. Nein, nein. Oh. Aua, nicht misst. Im Zombie-Schalter gibt's Bonuspunkte. Das wär toll gewesen. Das geht gar nicht. Hä? Hättest du den Ofen? Ah, hier ist ein Ofen. Geht ihr auch gerade rückwärts? Ja. Ich hab den Ofen. Ich auch nicht. Und ich stand daneben. Äh, äh. Hä? Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Kalt. Merke die Nummern. Wo? Oh, Simon. Sack mir nicht. Sack mir nicht. Sack doch mal was. Oh. Ich wegs lieber damit, dass ich's mir gemerkt hab. Mit dem wenig Spiel. Na? Na? Oh, danke. Lumi, du Sau. Was denn? Du hast auch geschubt. Ich wurde geschubst, deswegen habe ich geschubst. Oh, weiß ich nicht. Oh, man. Dann muss man ja schnell sein. Ja, ey. Richtig flink sein. Jetzt geht's. Jetzt bin ich drin. Oh, Alter. Triff die Zielscheibe. Genau. Fünfmal. Wo war die denn? Ich hab die nicht mehr so schnell gefunden. Ah. Geil. Ich bin nicht in die Luft gegangen. Bin nur gestorben. Seht ihr das, als in die Luft gehen? Oh, cool. Sammel und Flay-Skupic. Flay-Skupic kommt zu mir. Flay-Skupic kommt zu mir. Wow. High. Okay. Wow. Einfach stehen bleiben war der Trick. Ja, ja, ja. Bin leider gedouppt. Heldig auf die. Typ 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 Typ. Oh blöd. Oh, blöd. Ich wollte schubsen, aber ich habe es nicht geschafft. Achso, ja. Achso, Adire! Ich passe alles an den Schmied. Adire, schmied ich. Oh! Ja. Ich habe die noch geschubst. Oh, ein Versehen. Nein. Dieses... Diesmal nicht einfach stehen. Dieses Nichtschubsen ist so... Zerplatz am Ball! BAM! Das war ich. Da war eine Melone drin. Warum lagen denn da scheiß Kisten? Schitteln kann ich! Ich auch, Alter. Ich auch. Summelt's erst nicht noch. Junge, ich bin so dumm da. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Das ist anstrengend. Was? Sack auf dem... Oh! Ich raff diesen... Sack dem Micro Game auf Wiedersehen einfach nicht. Ich glaube, das heißt irgendwie, dass das sofort verschwindet, die Antwort. Wir haben nur so viele Fragen wie möglich richtig. Tri wäre super hin. Wir müssen fragen... Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? What does the S denn in the... What the fuck? Wer weiß denn das? Keine Ahnung. Ja. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Geht's jetzt noch weiter? In the... In the... In the... In the... What? In the... 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 Von dem schon mehr als zwei, richtig? Who killed agent 47 in the game, he is It. Man. Wer war deràs? Räre deserves leider. Ich weiß es nicht genau. Ich glaub so ein deutscher Doktor klingt so. Richtig. Ha, Neah, ha,ав wird. Neah, neue Doktor package! Ja, mijn is! Sch complained, Otto Wolfgang. Der Otto. Der Otto! Der Hippogriffquelaт? Ah... Ah. nde vervfod. Die K sp每. auch leicht wer ich kenne das album nicht mal es war falsch überhaupt nicht gar nicht Ich bin dumm. Oh mein Gott. Ich hab den nicht. Ja. Ich klicke aber purple, weil es gut ist. Oh mein. Man hat links irgendwie scheinbar Joker. Ja. Grün, blau, kennt man. Einfach blau. Ja. Blau. Pulsi hat am meisten gewusst. Ja, das war aber auch klar. Eieieiei. Ach so. Ne, hab ich richtig reingesackt gerade. Ich kann mal Chief End bekommen, weil ich keinen Joker benutzt hab. Aber das war sozusagen so ganz relativ okay. Und dann, ja wieviel Schlüsselschwerter gab es in Kinderbrauch? Oh, ich hab gewonnen. Die haben gewonnen. Die haben aber Freunde töten. Überleg mich. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, halt. Oh. 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 Tja, jetzt nicht mehr. Oh. Oh.